Oh, Leute, die explodieren alle! Nein! Was machst du? Was ist denn da los? Ah! Hallo, meine lieben Gaming-Freunde da draußen! Willkommen zu einer neuen Folge von A Captive 1 zusammen mit der lieben Niggi! Hallöchen! Sie hat das letzte Mal einen echt geilen Stunt hingelegt, über den wir immer noch lachen! Das ist so geil, ehrlich! Oh Mann, das war richtig cool! So, hier ist ja gleich irgendwie Lava! Genau! So schaut's aus! Und Gold! Ich habe auch Gold gefunden! Ich nehme mal jetzt einfach so einen anderen Weg! Ich versuche mich mal ein bisschen der Lava zu... Pass auf, ich bin hinter dir! Hier ist ein Wassereimer, den habe ich dir jetzt mal einfach zugeschmissen! Ah danke! Dann mache ich gerade mal hier das Lava weg! Ich nehme mal schon mal das Gold hier ab! Okay! So, dann jumpen wir mal hier runter! Und... Oh, Diamant! Hast du eine Dings-Eisendinge? Ja, okay! Und hier haben wir... Willst du, weil du gefunden hast, abmachen? Nö, nö! Das ist okay! Das Gefühl! Oh! Oh, da sind sogar zwei! Da komme ich sogar schon ran! Und drei! Oh, drei! Hey! Und... Nix mehr! Ich laufe mal nach oben, ich habe mir nicht Angst! Ja, genau! Ich packe den Mann eben einmal beiseite! Ohne Scheiß! Oh! War doch nochmal Gold gerade! Ach so, jetzt können wir ja theoretisch mal schauen, ob da jetzt eine neue Errungenschaft... Ne, der Diamant war das letzte? Doch! Diamant ist! Doch! Ja, doch, doch! Diamant bringt Errungenschaft! Ah! Mist! Ich hätte doch einen abbauen müssen! Einer du, einer ich! Ja, wir haben ja noch genug! Wir müssen ja eine Pickaxe bauen und ein... Ein, ein, ähm... Ne, weil ich kann auch nur weitermachen in meiner Erfolgsleiste, wenn ich den dir abgebaut habe! Deswegen! Also wenn wir noch einen finden, muss ich den dann abbauen! Ja, klar! Okidoki! Hä? Wir haben eins... Oh! Hä? Was? Oh! Wir haben hier eine Kuh und ein Hündchen! Ich habe hier ein Hündchen geholt! Wir haben eine Kuh, wir müssen die Kühe vermehren! Ja, aber ich weiß nicht, wo die andere Kuh ist! Ach so! Dann ist das vielleicht die eine Kuh! Los, Hund! Greif ihn an! Oh Gott, du bist ein starker Hund! Ja, mein Wauwau! Ich habe hier meinen Hündchen geholt! Oh! So, ich schmilze mal das Gold schon mal und packe dir Diamanten in die Kiste! Ganz weit weg! Mhm! Ganz weit weg, so! Ich komm mit, Wauwau! Ich habe hier noch eine Spitzhacke! Und? Kommst du mit? Ich hoffe, es gab nicht nur zwei Diamanten hier! Ja, wir haben ja drei... Ja, wir brauchen ja vier! Wir brauchen ja... Wir haben ja gelernt! Einmal für eine Pickaxe, die drei, um Obsidian abzubauen! Später für den Verzauberungstisch! Mhm! Und dann ja eine Spinne! Ähm... Was? Die brauchen wir nicht! Nee! Und dann ja später auch noch mal... Ich habe so viel Wasser gerade! Irgendwie! Wasser höre ich keins! Nur der! Äh... Der! Lava! Die Worte sind in meinem Kopf vertauscht! Hm... Hm? Ach ja, die Geschichte! Da darf ich ja nicht runter! Hä? Nee! Ich wollte gerade woanders runtergehen, das wäre aber nicht so gut gekommen! Okay! Jetzt machst du mich aber neugierig! Ja, ich wäre sonst gerade schon wieder da runtergefallen, da wo ich vorhin runtergefallen wäre! Achso! Achso! Alles gut! Ja gut, aber da ist jetzt zu mit Obsidian, da sind nur noch so zwei kleine Larvenfältchen! Ja, glaub mal, da würde ich hundertprozentig voller gerne reinfallen! Das wäre lustig! Und wenn du es wolltest, dann würde es nicht funktionieren! Wahrscheinlich! Ich suche ja die ganze Zeit noch Gold irgendwie so ein bisschen! Und ich Diamanten! Aber gut, ähm... Theoretisch müsste die Kiste mit dem Sattel ja irgendwo hier sein, weil... Ja, wir haben ja aber oben in irgendeinem Raum haben wir noch diesen einen Dungeon, ne? Was für ein Dungeon? Na, da wo wir reinkommen mit diesen grünen Mauern... Weißt du das nicht mehr? Aber... Achso, ich dachte, das gehört zu dem hier! Ne, ne, das ist weiter oben! Weil hier ist nämlich auch so... Weil hier sind auch grüne Mauern! Ja, das ist ja das, um in den Dings da reinzukommen! Äh, um in diesen Ender-Portal-Dings-Da-Wum-Da! Hm... Stimmt! Und was ist, wenn man in die andere Richtung läuft? Hier ist... Achso, hier ist das Ender-Portal! Und da... Oh, da ist noch Gold! Hier ist ein Skelett! Hallo, Skelett! Ich werde mich hier oben abbauen und hoffen, dass ich noch mehr Gold finde! Achso, hier ist nichts weiter sonst! Weil das wäre eigentlich perfekt für die nächste Errungenschaft, die wir machen könnten, wenn wir noch mehr Gold haben! Hm... Ja, Katia ist gut! Oh, Katia! Ja, Lilly möchte anscheinend mal wieder, dass ich hier vom Computer wegkomme, weil sie sitzt gerade noch neben mir! Hehe! So... Gibt es eigentlich noch die Errungenschaft mit Obsidian abbauen oder so? Ich... Weiß ich nicht! Ich guck mal! Option in Folge... Äh... Verzauberungstisch... Ja, tatsächlich! Wir müssen noch tiefer! Bauer ein Portal zum Nether! Achso, wir müssen... Oh, lol! Wir brauchen also doch den Kies... Ähm... Für ein Feuerzeug! Also haben wir... Und wir haben... Ähm... Gerade so viele Diamanten, dass wir eine Spitzhacke daraus machen können! Genau! Ne, wir haben doch vier! Ne, drei! Ne, jetzt bin ich verwirrt! Drei, oder? Drei! Ja, drei! Stimmt! So... Bauen wir mal hier eine Treppe... Als Treppen bauen kann ich echt nicht! Sieht voll scheiße aus! Egal! Die machst du viel schöner! No! Ich frag mich auch ernsthaft, warum ich jetzt jedes Mal immer nur eine Spitzhacke mitnehme, das ist nämlich äußerst... Warte! Moment! ...demelig! Hä? Ich hab mir so um die neun gerade gemacht, vorsichtshalber! Achso! Haha! Okay, ich hol ein paar noch in die Kiste, das vier Stück hab ich dabei! Nur falls mir was passiert, dass sie nicht alle gleich im Eimer sind! Ist ja eine sehr gute Idee! Haben wir jetzt mittlerweile Holz? Ne, noch nicht! Ne, bis jetzt war noch keiner oben gewesen wieder! Wir könnten ja auch mal versuchen, einen Baum hier unten anzupflanzen! Ha! Ja, hell wär's vielleicht genug, ne? Jo! Gold! Ich hab Gold gefunden! So... Denk daran, nur mit Eisen dann später abbauen, ne? Ja! Ja, ich hasse das liegen! Es glänzt so schön! Ah, Silberfische! Vorsicht! Ja, hab ich nämlich auch grad so im Augenwinkel gesehen! Lava, 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 lava! Oh! Alter! Sorry! Das war nicht deine Schuld! Nee, aber dass ich gelacht hab! Ach so! Hey doch, das war eine schön kurzschwerte Treppe wieder! Oh, ich bin... ich hab zwei Herzen! Zwei Stück! Ich baue dir gleich wieder eine Treppe nach oben! Okay! Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach so! Hä? Ja, Gold bestimmt abbauen, ne? Ach so, nee! Ich wollte mir das Essen holen, damit ich wieder ein bisschen rake, weil ich ja nur noch zwei Herzen hab! Lava! Och, Lava! Jetzt geh mir nicht auf den Keks her! Ist ja voll doof! Finde ich doof, doof, doofi, doof! Zum Glück hatte ich's im Wassereimer dabei, der hat mir jetzt, glaub ich, das Leben gerettet. Ohne den bin ich jetzt ziemlich... Äh... Tot? Verbrannt! Ja! Genau! So, ich baue mich hier weiter runter, mach hier mal ein bisschen hell, sehr schön! Haben wir jetzt Holz? Eisen! Nee, ich bin immer noch nicht unten gewesen, oben meine ich! So! Ich hab hier ein bisschen Lava offen und das macht mir schön warm und, äh, hell! Macht die schön warm! Genau! Komm schon, gib mir Diamanten! Bitte, bitte, bitte! Ich guck auch ganz lieb! Wahnsinn, wie tief du erstmal baust! Ich bin Dias! Komm mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, diese Situation gerade! Von? Warum? Ja! Ja, das stimmt! Aber da waren wir letzten Endes auch erfolgreich im Diasuchen! Ja, auf jeden Fall! Also muss es irgendwie möglich sein hier! Komm schon! Los, 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 los! Bauen, bauen, bauen! Komm! Wer will die fleißigen Handwerker sehen? Ehrlich! Ah, wie geil! Der muss zu Minecraft Captive gehen! Das ist cool! Oh! Ich weiß jetzt schon, wie die Folge heißt! Oh nein, ehrlich! Ein bisschen gestorben! Wie geht das denn? Ein bisschen? Ein bisschen viel! Oh! Meine Sachen sind jetzt bestimmt alle weg! Ah! Hier steht Enderman mitten im Gang! Ich habe kein Schwert und habe ihn geschlagen! Warum mache ich sowas? Pfff! Ah! So, ich glaube, du bist wieder ein bisschen gestorben! Ja! Jetzt schon zur Hälfte! Und da ist auch ein Mini-Zombie im Gang! Warum? Was machen denn die ganzen Viecher hier? Obwohl dein Schwert und so, das liegt da eigentlich noch! Ja? Ja! Okay, dann versuche ich es jetzt irgendwie zu schaffen, aber hier sind eine Milliarde Monster im Gang! Ich frage mich, warum die alle im Gang sind! So! Okay, es war ein Zombie! Okay! Und ein Creeper! Und ein Skelett! Und noch ein Zombie! Ich komme nie wieder da runter! Nimmst du Holz mit? Ja! Kannst du zufällig meine Sachen kurz einsammeln in die Kiste legen, dass sie nicht despawnen? Deswegen sind sie lieb! Ja! Mach ich! Oh Mann, ey! Oh! Wir haben noch zwölf Holz! Ah, wir haben Bäume! Ich tu mal gerade noch ein paar Bäume hier fällen! Eben! Schnell! Mann! Aber jetzt frage ich mich echt, wo die herkommen! Wir müssen das Eis voll gut ausleuchten! Oh, wir sind schon wieder bei 17 Minuten! Oh, lol, okay! Shit! Dann würde ich sagen, dann... Wow! Unschön! Was? Und töte sie! Oh, Leute, die explodieren alle! Hä? Was machst du? Hä? Was ist denn da los? Ah! Äh... Okay! Stirb! Oh, lol! Oh, lol! Moment, Moment! Ja, ich bin gleich soweit! Nein! Nein! Böse! Böse! Stirb! Stirb! Oh, lol! Wie viele kommen denn da bitteschön? Oh mein Gott! Hä? Achso! Ich hab... Ich hab... Ah! Hä? Was ist denn da? Was geht denn da bei dir? Von einem Silberfisch! Ach nö! Ein... Ja, bei Tausende! Ach so! Okay! Na gut! Wurde von Tausenden Silberfischen geschlagen! Dann müssen wir das jetzt berichtigen! Oh, Mann! Also, ähm... Dann machen wir... Das war mit einer Folge! Machen wir... Oh, ein Apfel! Ich will jetzt abmoderieren! Hör auf, Minecraft! Mann! Äh! Dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge ganz schnell, bevor noch irgendwas passiert und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge! Schaltet wieder ein! Okay! Und tschu! Bye, bye!